so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings schön dass du da bist schön dass du eingeschaltet hast zum samstags orakel auch hier ja am kanal traditionell samstag ein liebes orakel wo man ja mal wieder in die energien reinschauen in der kollektivenergie was gibt es denn dafür informationen rund um den wunschpartner wollen wir mal schauen ich muss natürlich immer davor sagen das ist für die kollektivenergie kollektivenergie orakel das heißt also das ist für alle das sind die energien die ich dann jetzt eben gerade für die allgemeinheit rein kriege also kann es ja gut sein dass es für dich stimmig ist dass du damit in resonanz gehst das wirst du fühlen spüren und wenn nicht ja um das ist auch so ein bisschen dein thema der wunschpartner ja meldet sich nicht ist im rückzug ist komisch ja es gab streit es gab eine trennung ja es ist unklarheit da wenn es dir nicht gut geht ja dann melde dich einfach gerne bei mir meine nummer ist immer unten in der infobox selbst mir einfach eine whatsapp oder telegramm oder signal und was es alles gibt und ja da melde ich mich natürlich auch gleich zurück dann machen wir ein persönliches reading ist also bei mir alles total unkompliziert keine scheu keine scham ich freue mich wenn du dich meldest und ich freue mich natürlich auch wenn ich dir helfen kann und auch ja als mann so ein bisschen die sicht der dinge mal anschauen kann und ihr vielleicht auch mal einen wertvollen hinweis oder tipp geben kann wieder das wundersame wiesen man denn so tickt weil meistens unterscheidet sich das so ein bisschen da gibt es schon immer mal missverständnisse der mann denkt so die frau denkt so man versteht sich nicht wirklich es gibt missverständnisse und da kann ich natürlich als mann auch immer gerne mal gute tipps geben oder hinweise geben er wieder in die sache eigentlich so ist und das vielleicht auch gar nicht so schlimm oder so heiß gegessen wird wie es gekocht wird na aber wir wollen mal anfangen ich bitte dich jetzt also ich mache mich jetzt erst mal klein so und dann suchen wir jetzt mal den mann raus ich bitte dich derweil schon mal ein bisschen in die atmung zu gehen die augen auch zu schließen den ganzen alltag mal raus zu lassen und ich nur auf deinen wunschpartner konzentrieren ja also alles andere hat jetzt hier sende pause wenn du deine augen geschlossen hast und auf deinen ich auf deinen wunschpartner konzentriert hast um ihn ja dann auch mit einem geistigen auge wahrnimmst dann merkst du das schon wenn es in der brustgegend wieder anfängt so ein bisschen zu kribbeln dann bist du in der energie drin und dann wenn das soweit ist dann stellst du ihm die frage warum bist du im rückzug okay und das ist auch die frage für heute wir wollen mal schauen warum ist denn der wunschpartner eigentlich gerade im rückzug gibt es ja ganz ganz viele möglichkeiten ich als mann kann das sagen der mann zieht sich nicht nur zurück weil er mit der partnerin nichts mehr zu tun haben möchte das kann natürlich sein oder er hat eine andere frau oder er muss sich sortieren er weiß nicht wie gewisse dinge lösen oder regeln soll also bei den männern gibt es viele viele verschiedene möglichkeiten warum ein mann im rückzug ist und deswegen schauen wir da jetzt mal rein ich mische jetzt hier auch noch mal mit der frage warum ist der im rückzug noch acht karten dazu und dann schauen wir mal was wir da so kriegen also wie viel haben wir denn eins zwei drei vier fünf sechs sieben also eine brauchen wir noch nummer zwei vier sechs okay so nach dem mission ja da schauen wir doch immer wie immer gerne mal an die unterseite des kartendex sondern was haben wir denn da jetzt bekommen da ist das buch gefallen das buch ist ja auch gern mal die karte für ein geheimnis na also hier geht es schon darum ja dass wir vielleicht irgendwas noch nicht wirklich wissen ja und als klärungskarte dazu haben wir jetzt die blumen das ist ja eine schöne sache schauen wir mal rein was man da jetzt für karten noch kriegen ja okay ich werde immer besser ich werde immer besser schaut also gut aus mein kleiner innerer monk freut sich so okay dann haben wir das ja jetzt schon mal schön hingelegt na also schaut doch mal schon mal gut aus dekoration her so also gut die frage war ja warum ist denn der gute mann oder der wunschpartner im rückzug wir haben hier ja als hauptenergie das buch und die blumen bekommen das buch ja vielleicht weißt du oder ernst so gerade gar nicht dass er schon ja dass ihm die harmonie so ein bisschen fehlt ja also das buch ist natürlich auch gerne mal die karte für ein geschlossenes buch das kapitel ist zu das was zu ende ja also irgendwie geht es hier so ein bisschen um die harmonie die ihm vielleicht abhanden gekommen ist bei euch oder auch die ihr euch beiden abhanden gekommen ist ja das geschlossene buch und die blumen die stehen ja auch gerne für die harmonie die stehen für die selbstliebe das wachstum die schönheit also eine ganz ganz tolle karte die blumen und da ist so ein bisschen das buch geschlossen aktuell was ihn vielleicht dazu gebracht hat sich erst mal zurückzuziehen um darüber nachzudenken ja was ist denn jetzt eigentlich hier los na also irgendwas muss ja da falsch gelaufen sein viele männer ja die gehen dann in den rückzug statt dass sie ja da mal ins gespräch gehen ok ins gespräch gehen miteinander reden nach dinge aufarbeiten ändern sehe ich schon dass er sich da zurückgezogen hat weil eben so ein bisschen das glück abhanden gekommen ist es liegt ja schon hier bei ihm die sonne klar das große glück na die große große glücks karte liegt zwar schon bei ihm aber da dreht er sich momentan schon weg und schaut so ein bisschen auf das haus na das haus ist so eine karte ja für das fundament in einer beziehung für eine feste basis na dass man sagt okay darauf kann man aufbauen da passt der grundbums na alles ist gut alles läuft so weit bei uns da schaut er drauf ja und fragt sich so ein bisschen wo ist denn mein glück hin ich muss mir das mal ein bisschen genauer anschauen diese dieses haus hier sehe ich jetzt hier ganz klar als die basis eurer beziehung die basis eures zusammen seins wo er mal an die analyse für sich selber geht und schaut ja warum ist denn da irgendwie die harmonie verschwunden ja und allein an der mittleren reihe muss ich euch sagen sie schon wir haben hier mal wieder einen mann in der aktuellen energie der sich zurückgezogen hat um sich klarheit zu verschaffen in bezug auf seine gefühle na also die fische in liebes fragen natürlich die gefühlskarte die partnerschaftskarte der stern die klarheit die fülle die wunscherfüllung ja also hier die klarheit in bezug auf eine beziehung oder in bezug auf die gefühle einmal auf die probe zu stellen oder auf den prüfstand zu stellen daher kommt auch dieser rückzug weil da liegt ja auch schon der turm die karte des rückzugs sich mal zurücknehmen alleine sein sich gedanken machen der mann macht sich gerne mal für sich selber gedanken während die frau natürlich sehr sozial ist und sich mitteilt bei den freundinnen bei den bekannten ist der mann eher jemand der sich da mal zurückzieht das kommt sogar wirklich noch aus der steinzeit wo der männer wo der mann ja auf der jagd war alleine auf sich gestellt war und mit sich selbst seine probleme ausgemacht hat während die frau natürlich in der höhle dafür gesorgt hat dass alles funktioniert dass alles läuft dass das soziale leben stattfindet daher ist die frau eigentlich in solchen dingen die kommunikativere der mann ist da ja traditionell eher einer der zieht sich hier zurück um klarheit zu gewinnen in bezug auf seine gefühle also was ist mit den gefühlen passiert na wo ist mein glück hingegangen weil ich muss mir diese basis dieses fundament dieser beziehung noch mal genauer anschauen na ja was ich hier auch noch mal sie was eigentlich ein gut eine gute tendenz ist na also wir kartenleger sind ja keine wahrsager wir können aber die größtmögliche tendenz der dinge schon sehen wenn es hier um zukunftsfragen geht aber hier unten den mond ja und der mond wie gesagt haben wir ja oben schon festgestellt da denkt einer nach der überlegt jemand wie es denn weitergehen kann was ist hier geschehen na was ist mit dem fundament dabei wo ist das glück ich ziemlich mal zurück und müssen wir über dinge im klaren werden deshalb liegt hier wahrscheinlich auch der mond die gedanken um das kleine glück das hier irgendwie gerade stattfindet für ihn und somit natürlich auch für dich wenn da jetzt gerade funkstille herrscht die frage war ja warum hat er sich zurückgezogen na also die gedanken um das kleine glück aber zum glück und ich freue mich selten wenn der saag fällt aber jetzt schon das geht auch zu ende dieses dieses grübeln dieses denken dieses nachdenken dieses analysieren warum wenn ich dann im kleinen glück das hört auf und er würde sich ja darüber keine gedanken machen wenn du ihm nicht wichtig wärst wenn ihnen die beziehung nicht wichtig werde na also da erkennt man ja schon dass ihnen etwas daran liegt dass die harmonie und das glück wieder zurückkommt und die gefühle wieder da sind oder da sind wo sie sein sollen die klarheit da ist die wunscherfüllung um diese gedanken und das kleine glück die werden hier auch zu ende gehen das sagt ja so eine karte da geht was zu ende und dann darf aber auch etwas neues beginnen und das neue nehme ich jetzt hier hier absolut war als die sonne das große glück die gefühle die klarheit die wunscherfüllung die basis und auch hier die harmonie dass die wieder zurückkehrt also wir haben hier tatsächlich einen mann der wirklich im rückzug ist und sich seine gedanken macht warum denn hier in dieser beziehung mit dir irgendetwas falsch gelaufen ist das habe ich ganz oft in meinen persönlichen legungen dass man dann sagt okay diesen mann den lassen wir jetzt einfach mal so in ruhe man braucht dann jetzt erstmal wirklich auch keine angst haben dass er sich nicht mehr meldet dass er nicht mehr zurückkommt dass das nie wieder was wird es gibt auch fälle wie diesen also wenn du jetzt eine legung bei mir gebucht hättest hättest mich gefragt warum ist dieser mann im rückzug dann kann ich dir sagen da ist aber jemand der mit sicherheit wieder auf dich zukommt weil sich dieser mann gerade gedanken über ihn und über euch und über euer glück macht wieder dinge vielleicht anders oder besser zu handeln sind also die gedanken ums kleine glück die gehen zu ende die harmonie kommt dann auch wieder zurück die klarheit die fülle die wunscherfüllung die gefühle das große glück also hier schaut schon mal sehr sehr gut aus also keine panik hier schaut es gut aus ich sagen ja und wenn es euch gefallen hat meine lieben ja dann zeigt es mir gern mit einem daumen drauf wenn es euch nicht gefallen hat weil du nicht in resonanz gegangen bist ja dann schreibt mich einfach gerne an meine nummer ist hier unten in der infobox ich freue mich wenn ich von dir hören darf und ja ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen samstag meine lieben bleibt gesund seid lieb zueinander und wir sehen uns ja dann beim nächsten video servus